Als Präsident des Rotorier-Clubs Al-Felden ist das jetzt eine meiner letzten Veranstaltungen für dieses Jahr. Wir besuchen heute das KTM-Fahrradwerk. Dabei sind natürlich ganz intensiv, ganz wichtig, der Sekretär Michael Franz mit seiner Frau, Andrea, Rudi Ewald, natürlich aber auch Aglassinger Christoph Steiner-Arno und zusammen mit dem Club von Salzburg-Land, der auch die Einladung ausgesprochen hat. Hier Besichtigung des KTM-Werks in Mathekofen.